Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Ich beginne gleich mit einem Papierkorb. Eine solche bekommt nämlich, dass Google eigene Adressbuch spendiert. Zumindest aktuell nur in der Web-Version. Die einzelnen Apps dazu auf Mobile sollen folgen. Somit kann man, wenn man einen Kontakt gelöscht hat, diesen noch während der nächsten 30 Tagen wieder im Papierkorb auffinden und so versehentlich gelöschte Kontakte wiederherstellen. Man kann aber natürlich direkt auch hingehen, wie das bei Fotos und bei allen anderen Diensten, auch anderen Anbietern so ist. Die Fotos dann auch, oder eben hier die Kontakte direkt löschen und zwar permanent löschen gehen, ohne dass die da noch 30 Tage drin verweilen. Ein Feature, das es eigentlich schon lange hätte geben sollen. Somit, wer das nutzt und glücklich damit ist, darf sich darauf freuen. Dann kommen wir zu Samsung und hier hat Samsung bei Health ein bisschen was gestrichen in der neuesten Version der App. Beziehungsweise nicht nur der App, sondern auch für die Samsung Galaxy Watch. Die verschiedenen Fitness Armbänder oder Fitness Smartwatches, die sie haben, werden drei Funktionen rausgestrichen. Zum einen sind das die Kalorien. Das geht noch. Die hätte ich auch gerne gestrichen. Dann das Gewichtsmanagement. Auch da könnte man ein bisschen, lassen wir das Thema, aber auch Koffein. Man konnte nämlich immer schon oder schon lange in den Samsung Uhren nicht nur Wasser tracken, also wie viel Wasser, das man getrunken hat, sondern auch Koffein. Und das sind drei Dinge, die ich nicht ganz so toll finde und hoffe, dass da vielleicht auch irgendwie Samsung wieder zurückrudert. Wie gesagt, den Kaffee, den track ich nicht, weil ich ihn nicht trinke. Aber die anderen beiden Geschichten hätte ich dann doch irgendwie gerne noch in den Widgets mit drin gehabt. Aber ja, so ist das Leben und manchmal gehen Dinge verloren und manchmal kommen neue Dinge hinzu. Samsung, vielleicht könnt ihr es in den nächsten 30 Tagen aus eurem Papierkorb rausfischen und wieder zurückholen. Wer weiss, wer weiss. Dann geht es weiter mit, oh, dem Pöstler. Ich komme gleich wieder. Entschuldigung, vielmals mitten in der Aufnahme der Postbote. Neue Gadgets angekommen. Weiter geht es mit Twitter. Die haben jetzt bestätigt, dass 130 Nutzerkonten gehackt wurden. Das wusste man ja schon bereits, dass da grosse Namen wie Apple, Elon Musk, Jeff Bezos und so weiter, Bill Gates und so. Ja, eben grosse Namen dahinter betroffen waren. Da gibt es jetzt zwei Geschichten. Eine externe, laut New York Times und deren Recherche seien junge Angreifer, junge Hacker darunter gewesen, die das Ganze mit internen Informationen von Twitter, also wahrscheinlich ehemaligen oder noch arbeitenden Mitarbeiter von Twitter, da Zugriff gehabt haben und sie sollen über das Kommunikationsprogramm oder die Kommunikationsplattform Slack den Zugriff zu internen Chats erlangt haben und da dann eben an die ganzen Daten gekommen sein. Twitter selber sagt, dass das sogenannte Social Engineering System passiert wurde. Das Ganze haben wir in der letzten Geek Talk News schon besprochen und jetzt dürfen wir natürlich gespannt sein, was das für Folgen hat und wie Twitter logischerweise da intern reagiert auf die ganzen Geschichten. Dann kommen wir noch zu Microsoft Teams. Da sind jetzt endlich gewisse Funktionen für alle Privatanwender offiziell verfügbar gemacht worden. Microsoft Teams, wer das in der Business-Version nutzt, kennt da einige mehr Funktionen als in der privaten. Dann gab es irgendwelche Testreihen und so weiter und bei den ersten tröpfelte es langsam durch. Jetzt ist es für alle da, was heisst das, man hat eine gute End-zu-End-Verschlüsselung, man kann dadurch natürlich dann Dinge teilen, man hat das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, die Standortfreigaben, einen Gruppenkalender, die Sprachtelefonie sowie auch beim Video-Chat wurden Verbesserungen gemacht. Microsoft Teams mausert sich so mit immer mehr zu einem wirklich tollen Tool für die Kommunikation in Familien, aber auch vor allem im Business-Kontext, weil da eben wie gesagt viel mehr Funktionen drin sind. Und dann gehen wir weiter mit Dropbox. Die haben jetzt was rausgehauen oder hauen jetzt was raus, was sie schon länger vorgestellt haben, nämlich neue Funktionen. Zu dem, dass man im letzten Jahr auf zwei Terabyte hochgegangen ist bei den Plus-Abonnenten, kommen da jetzt neue Funktionen dazu. Dropbox integriert den aufgekauften Dienst Vault. Das ist ein kleiner Passwort-Manager, der extern von der Dropbox abläuft, aber in dem Abo abgebildet wird. Ein Ding, das ich jetzt nicht unbedingt da reinhaben möchte, aber da ist jeder selber und die Vielfalt der Passwort-Manager ist da natürlich gegeben. Zusätzlich kommt der Vault, also der Tresor, ähnlich wie das Microsoft in seinem OneDrive vor circa einem Jahr eingeführt hat. Ein kleiner Bereich, der durch einen sechsstelligen PIN, ja ihr habt richtig gehört, durch einen lächerlichen sechsstelligen PIN zusätzlich abgesichert werden kann, wo man dann Dokumente reinlagen kann und die mit auch anderen teilen kann. Dann geht es weiter mit dem Computer-Backup, was jetzt definitiv bei allen integriert wurde. Man kann ja jetzt PC- oder Mac-Rechner in die Dropbox-Cloud backupen. Den Backup soll man nie nicht tun und somit natürlich hier Möglichkeiten gegeben. Und es gibt neu das Familien-Abo bei Dropbox und das beinhaltet, dass einfach die zwei Terabyte Speicherplatz, die man hat, auf die Familie aufgeteilt wird. Da finde ich dann die Lösung von Microsoft deutlich besser. Man hat zwar nur einen Terabyte Speicher, dafür aber für jedes der sechs Familienmitglieder, plus man hat noch die Office Suite dazu. Und ja, ist preislich auch noch unter dem Angebot. Also wer Dropbox-Kunde ist und eine Familie hat, sollte sich das mal anschauen, sollte sich aber sicherlich auch die Alternativen dazu anschauen. Einen kleinen Bericht dazu habe ich verlinkt in den Shownotes auf daily.geektalk.ch oder in eurem Podcatcher des Vertrauens. In dem Sinne, das war's für heute mit den Themen. Besten Dank, dass ihr reingehört habt. Und wie gesagt, an den Tagen, wo es mir geht, werde ich danach eben diese Woche vertreten. Ansonsten sicherlich ab nächste Woche wieder mit meiner Person, die Geek Talk Daily. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.